Kann ich in Lego Fortnite ein Motorrad bauen? Ja, was sagt ihr dazu? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Kann sich doch sehen lassen. Es ist noch viel Reifen unten am Boden gebaut, damit es ein bisschen stabiler fährt. Seht mir in den Kommentaren, wie ihr es findet. Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Euer Gamer Dad.